Ja Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir und heute gibt es mal was richtig cooles zu sehen. Ich habe mit der Quest 3 Demio Battles angespielt. Vielen lieben Dank nochmal an den Entwickler dafür. Und ja, was ist Demio Battles? Das ist eine Abwandlung von das normale Demio, was ja PvE mit hatte. Und jetzt haben wir ein PvP-Game bekommen. Das heißt, ihr spielt 1 gegen 1, 2 gegen 2 und so weiter und sofort auf kleine Maps. Schnelle Runden-Action, die so 10 bis 12 Minuten dauern, je nachdem. Aber es macht richtig viel Spaß. Ihr kennt ja das normale Demio, wenn ihr da mal eine Runde spielen wollt, eine Quest, die hat euch ja gefühlt 2 Stunden festgehalten. Und das Game richtig schnell, richtig spaßig. Der Spielablauf ist eigentlich ganz easy gemacht. Die Arena lädt, ja. Und dann habt ihr 1500 Gold. Könnt ihr euch Karten kaufen, könnt euch nochmal Monster kaufen. Und könnt euch so schön was zusammenstellen selber. Auch zwei Helden könnt ihr euch oder einen Held zusammenstellen, was ihr möchtet. Und dann geht die Action schon los mit dem Spiel. Macht richtig viel Spaß. An der Grafik hat sich nicht viel verändert. Also ist ein gewohnter Look von Demio, wie wir ihn schon kennen. Ihr könnt raunen und rein und raus zoomen. Das ist alles gleich geblieben. Und ja, das Spielfeld ist natürlich wesentlich kleiner geworden. Aber richtig cool. Wenn ihr euch das Spiel natürlich auch kaufen wollt, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo. Da tut natürlich kein Weh. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und da sind wir auch schon im Hauptmenü von Demio Battles mit drin. Wir haben hier eine kleine Schnellauswahl. Wir haben ein schnelles Spiel, wenn ihr ein schnelles Spiel machen wollt. Einzelspieler und natürlich mehr Spiele. Wir können mal kurz hier in den Einstellungen schauen. Was wir dabei haben. Sprache Deutsch. Kennen wir ja schon. Das funktioniert ja super. Oder Tisch neigen. Ob es aktiviert, deaktiviert ist. Keller. Ob wir den eingeblendet oder ausgeblendet haben. Oder ich finde es irgendwie echt geiler, wenn der mit eingeblendet ist. Vignette brauche ich nicht. Das ist natürlich für VR-Neulinge eher gedacht. Ja, und hier steht es noch einmal. Bei Demio Battles kämpfen zwei Heldenteams gegeneinander. Kaufe Kreaturen und Karten im Shop, um dir beim Angriff zu helfen. Und achte auf dem vorm Arena-Rand vorträmmlichen Brand. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Wir gehen mal hier in den Einzelspieler-Modus rein. Ich habe ja schon ein paar welche gemacht. Und das heißt jetzt, wenn ihr Einzelspieler macht, ihr tritt gegen KI-Teams an. Mit besonderen Kreaturen und Schergen. Kombinationen, wo ihr ein bisschen üben könnt. Wenn dieses Symbol hier ist, seht ihr euch schon, geht nur festgelegte Karten und Kreaturen. Dann gibt es noch mit den gelben Karten. Das ist festgelegte Helden. Und natürlich komplett offen. Also wir gucken hier mal mit rein. Also wir haben einmal den Ritter mit dabei und einmal den Zauberer, was ganz geil ist. Wir kämpfen aber gegen den... Jetzt kommen wir nicht auf den Namen. Und gegen den anderen. So, wir schauen uns mal das Spielbrett an. Inwieweit das jetzt anders ist. So, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ja, könnt ihr mal hier schauen, wie das Ganze so aussieht. Also, Spielbrett ist viel, viel kleiner. Und hier haben wir jetzt unser Team. Hier ist natürlich unser Ritter und einmal unser Zauberer. Und wir haben natürlich noch ein paar Kreaturen dabei. Wenn ihr die selber aussuchen könnt, könnt ihr am Anfang Karten kaufen. Und die Kreaturen. Ihr habt, glaube ich, wie viel waren es? 2500 Gold, wenn ich mich jetzt nicht verschätzt habe. Und könnt euch diese Sachen und Karten zusammen kaufen. Und so euer Ultimate Team zusammenstellen, mit denen ihr am besten spielen könnt. Ihr seht schon, die Karte ist nicht so groß. Wir haben wieder Truhen verteilt. Hier gibt es jetzt sogar einen Teleporter. Das ist natürlich auch krass. Hier gibt es noch eine magische Wand. Die verschwindet nach ein paar Runden. Und nach jeder Runde wird immer ein Quadrat komplett mit Feuer. Also wird unbrauchbar. Und das heißt, ihr müsst immer weiter in die Mitte vorrücken. Das heißt, so ein Spiel dauert vielleicht maximal zehn Minuten. Und dann ist es zu Ende. Wir fangen mal jetzt an. Also, wir können die Figuren platzieren. Ich habe die jetzt erstmal so gelassen. So blaues Team irgendwie fange ich immer an. So, ich würde ja am liebsten... Los, mach die Glocke. Zack. Das ist natürlich die Frage, wo die durchkommen. Ich würde gerne die Kiste einmal mitnehmen. Es kann die sein, dass sie hierher kommen, hierher kommen und hierher kommen. Ja. Also, ich würde ihn erstmal nehmen und zwei Schritte gehen. Und wir können auch wieder vergrößern, verkleinern, wie wir es vorher kennen. Ja, schön klein machen. So. Haben wir irgendwas Schönes? Überladung, zappen. Enthüllt alle Feinde in Reichweite. Ja, brauchen wir noch nicht. Teleportation. Auch ein leeres Feld. Da könnten wir uns natürlich diese Truhe gleich holen. So. Und machen wir auf. Die gute Box, mein Freund. Elementargeist und Verjüngung. Verjüngung, Verjüngung, Verjüngung. So. Und jetzt bewegen sich unsere Kreaturen. So. Da kommen sie nämlich schon. Scheiße, sie kommen genau von da. Und unser Zauber ist natürlich da drüben. Ist natürlich nicht so geil. So. Haben wir irgendwas? Eine Aoi-Attacke? Das wäre natürlich richtig gut. Verbündete kommen zu dir Neugruppchen. Das ist natürlich... Jakos, let's go. So. Einmal Elementargeist. Den werden wir uns mal hier hinhauen. Den werden sie zwar zur Strecke bringen lassen. Unsere Helden aber nur. Sobald beide Helden tot sind, ist das Spiel vorbei. Also ihr müsst nicht die Gegner töten. Ihr müsst euch wirklich, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt, auf die einzelnen Gegner konzentrieren. Schütze ins Ziel. Strule. Enthüllt. Ja, komm, wir machen mal hier was. Guck mal, die Scheißspin, die hat 22. Aber wir werden den mal. Und? Ja, ist hängen geblieben. Noch mal Glück gehabt. Immun gegen Betäubung. Ne, prima. So, wir werden die Kiste noch mitnehmen. Dann muss schon einmal hier stehen. Barrikade, okay. Und Knochen nochmal. So, jetzt ist der Gegner dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Geht natürlich auf der Ratten. Komm. Machen Fehlwurf. Ah, zwei weg. So. Daneben. Nicht gut. Scheiße. Das ist schon mal gut. Womit ich immer gerne arbeite, ist gerade immer mit Gift. Das ist eigentlich ganz geil. Weil da kannst du echt schön Flächenschaden damit versachen. Ah, Spinnenei. So, eine Spinne schon mal weg. Und genau, auf ihn. Das ist gut. Oh, zwei, zwei, zwei Schaden. Ist ganz okay. So, und ihr seht jetzt, hier kommen die Eimer rundherum. So, was haben wir denn schönes Heimlerkreis, Barrikade, Attacke, Stürme, Vorwärtsstoße. Scheiße. Äh, äh, äh. Scheiße. So, nochmal können wir. Scheiße. Wer treffen wir da? Ah, da machen wir unsere Einheiten, ne? Da kommen aber auch nicht. Scheiße, jetzt stehen die natürlich hier alle komplett im Weg, ne? Stehen komplett im Weg. Und mit dem Port nutzen sind wir da drüben. Das bringt uns jetzt nichts. Haben wir noch Rüstung? Rüstung haben wir voll. Das ist auch, wenn die scheißviecher im Weg stehen. Ja, du kommst, du kommst hier nicht hin. Ich würde gerne einmal so eine, ja. Ja. Keine Person ist alleine. Scheiße. Okay, die hauen einmal da drüben ab. Wie kann ich das? So, wir müssen, gehen am besten hier gleich hin. Das war klar. Ich schaue erst. Freie. Ja, schön. Warum macht das Spinnen-Einkantik? Ja, ja. Hat die ganze Zeit wirklich verkehrt gemacht. Da kommen natürlich gleich nochmal zwei Spinnen raus. Diese Viecher. Junge, 22. Das ist doch echt nicht mehr normal, ey. Wirklich. Jetzt kommen wir, oh, wieder nicht bis dahin. Ich krieche die Kotze, also wirklich. Ja, das ist scheiße, ey. Wirklich. Ich bin auch nicht der Beste im Spiel, ja. Ach, das verspricht aber einfach schnelle Action für zwischendurch hier, ne. Geil. Zack, tipp. Ja, ja, ich sag mir zu. Geh, Gott. So, komm, jetzt gibt mir doch mal was echt Gutes, ey. Jetzt habe ich natürlich meine eigenen Leute getötet. Ja, natürlich nicht so geil. Was ist das eigentlich? Überladung. Würde ich mal nutzen. Ach so. Okay, ja. Da haben wir echt was gekonnt jetzt damit, ne. So, jetzt kommt der da hin. Zack. Junge, die machen fünf Schaden. Ja, wirklich doch wollen, ey. Das ist krass, ne. Das ist wirklich krass, ne. Von der Grafik her hat sich eigentlich nicht viel verändert, also gewohnt ist ein gewohnter Look. Aber hier, er sieht richtig cool aus, ne. Schau mal, wenn er so richtig nah rangeht. Cool. Sieht echt mega aus. Los, ab auf die Spinne. Wir müssen die Spinnviecher wegkriegen, ey. Ah, na perfekt. Da hättest du wenigstens die beiden noch gefroren, meinem Freund. Jetzt kommt da auch nochmal Spinn. Ich kriege halt so viel, ey. Bin ich auch nochmal dran? So. Jetzt, komm, doppelt, doppelt. Yes. Let's go. So, eine Hammerdown. Acht. Kriegen wir den? Ach, scheiße, ne, kriegen wir nicht. Gut, ne, da machen wir hier Attacke drauf, auf Imsen. Ne. Komm ich nicht, hä, was ist denn das? Wir sollen jetzt wieder eine Attacke machen. Ach so, okay. Komm, nochmal doppelt, doppelt, doppelt. Ja, nur ein Raubebüller. Ja, da ging ja, ja. Das war jetzt auch total für ein... Hintern. Schön. Wir könnten jetzt natürlich auf diese drauf. Junge, was soll ich denn mit telopierter einer Einheit aus der Sicht wirklich? Die Augen wäre natürlich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich hab ne Idee. Wo telopiert die denn hin? Das wäre natürlich geil, wenn die schön in der Verbrennung reinhauen. Das ist geil. Das ist gut. So löst man das Problem auch. Wo kommt der jetzt eigentlich schon wieder her? War ja nicht grad noch da drüben. Jetzt ist er schon chaot, das ist richtig gut. Scheiße. Wo ist denn eigentlich unser Schleichttyp hin? Ich komm nicht auf den Namen heute, ne? Ich komm nicht auf den Namen. Ich glaube, das wird keine gute Runde werden. Ich werde ihm aber erstmal... ...meine Rüstung reparieren. Haben wir noch was? Das war's. Geblendet. Sehr schön. Obwohl wir haben einen Helden... ...einen Held ist da und wenn ich an den jetzt noch mal rankomme... Scheiße. Mal sehen wir ihn hier irgendwo. Das war mir sowas von klar, ey. Warte mal, warte mal. Wir machen mal Überladung. Okay. Habe ich jetzt... ...was verkehrt gemacht? Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege jetzt nochmal... ...en Aktionspunkt dafür. Der ist hier drüben. Ne, da ist doch noch der, ey. Wir haben den doch. Scheiße. Man sieht ja durch das Geblendet nicht, was los ist, ne? Ah, verdammt. Workbacker-O-automatisch. Okay, eins von zwei, zwei von zwei. Komm jetzt, komm. Premier Glück. Let's go. That's nice. So, der ist K.O. Aber scheiße, wir stehen... ...wir stehen genau da. Wo ist denn... Der ist hier irgendwo. Scheiße. Mal fein da aufspüren. Let's see. Da ist er. Das... Das wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Das wird jetzt echt spannend. Das wird richtig spannend. Ich muss ihn mal so angucken, ey. Der kriegst ja... ...nächst mal nicht mehr einen Stuhl. Das wird echt... Der hat sieben von zehn noch, ne? Okay. Bewirkt es Felgen, Platziere, Heimler, Kreise... Rüstung. Wir haben keine Rüstung mehr. Komm, los, lass... Komm. Komm. So, der kriegt schon mal Verbrennung. Ey, das... Das wird... Das wird richtig knapp. Komm, jetzt fängt er mich schon wieder an mit den Scheißen. Okay. Komm schon. Ich glaube, es sieht ganz... So. Aber... Wir haben noch einen Heiltrank, Leute. So, mein Freund. Das war's womit ja so. Da hat man die Spinne noch killen. Und das war's dann. Nicht. Wir haben mich zu früh gefreut. Ach, verdammt. Ja, okay. Aber wir haben eh keinen Schaden gemacht. Achso, wir haben noch mal, ähm... Ja, komm, wir machen noch mal Rüstung. Jetzt hat er nicht gehalten. Ich krieg ein zu viel. Okay. Ich hab mich echt zu früh gefreut. Ich hab mich wirklich zu früh gefreut. Oh, Hiram hat geblasht. Scheiße. 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 Nun gut. War trotzdem eine schöne Runde. Natürlich, wenn ich wieder eine Aufnahme mache, verliere ich das Spiel, ja. Aber trotzdem, es macht megamäßig Spaß. Ich kann euch mal zeigen. Wir gehen mal... Das gehen wir mal raus. Hier mit einem Tutorial, das wir mal sehen. Und damit ihr mal seht, wie so ein Spiel, wenn wir das in Multiplay dann spielen. So. Ja, ja, sei mal ruhig. So. Ja, ja, ja. Ich will es ja selber auch gleich, meine Coole. So. Der Shop wird euch eingeplantet am Anfang. Ihr habt 1.500, wenn er jetzt 2.000 gesagt. Aber jetzt wissen wir es 1.500. Jetzt könnt ihr euch Karten kaufen. Seht ihr ja den Preis, was ihr haben möchtet. Dann könnt ihr euch verschiedene Kreaturen kaufen, die ihr braucht, ja. Also wollen wir zum Beispiel hier... Ja, wir können es natürlich jetzt wagen. Wir sagen 1, 2, so. Ja, ja, ja. Dann nehmen wir den auch noch mit. Den noch mit. Also ihr könnt euch die alle kaufen. Und dann haben wir jetzt noch theoretisch für hier... Nehmen wir noch die Laugenflasche mit und die Knochen. So. Jetzt haben wir alles ausgegeben. Wenn natürlich blöd man nicht alles nimmt. Geht auf Fortfahren. Und jetzt habe ich mir natürlich ein paar Helden gekauft, dass es die Tutorial erinnert, dass ihr das Ganze seht, ja. Ihr seht auch hier die Figuren. Guckt euch das mal an. Seht natürlich auch wieder welche AP und alles, was ihr da machen könnt. Die würde ich auf jeden Fall hier vorne platzieren, dass sie gleich nach vorne gehen. Die spinnen. Und ihm würde ich so an der Seite nehmen. Und ihm so dahinter. Und dann könnt ihr auch fortfahren gehen. Aber natürlich im Multiplan hat eine ganz andere Bedeutung wie im Singleplaner. Ja, da geht es natürlich ganz anders vor. So. Er muss erst auf die Glocke halten. Ja, das war ein bisschen nah. So. Natürlich ist das erstmal gut, wenn wir die Kisten nochmal aufmachen. Damit wir ein bisschen was in der Hand kriegen. So, da haben wir schon ein paar Leute. Dann kommen wir auch noch die zweite Kiste mit raus. Also, Barrikade haben wir bekommen. So, jetzt ist der Gegner dran. Wenn wir natürlich Glück haben, macht er das, ne? Und trifft ins Leere. Wo kommt der denn sogar einmal her? Der Bogenschutz ist echt schon geil. Ich kenne den Gartner Kompi, wenn ihr den nehmt. Und den Zauberer. Ey, ey, ey. So, auf ihn. Bam. Genau. Unverwundbar. Äh, der macht, äh, der hat den echt geilen Buff gegeben, ne? Zack. Zack. So. Jetzt können wir natürlich... Was haben wir denn schönes? Wir haben eine Laugenflasche. Netzbombe. Wir können natürlich arschig sein. Wir nehmen jetzt hier eine Netzbombe. Weil da kommt ja dann eine Verbrennung, ja? Und er bleibt nur da stecken. Ah, gut. Ist nur für eine Runde. So. Komm mal, ich... Das geht nur auf einen drauf. Wir greifen die mal so an. Und wir sind Kampfgeschehen hier sehen, ne? Bam. Er ist natürlich in Panik. Ist natürlich immer gut. Und so können wir die Grundlagen natürlich auch lernen. Auch wenn ihr noch nie Demio gespielt habt. Das lernt ihr alles hier im Tutorial dann. Illuminisch. Immungegen betäubt. Das ist natürlich gut. Das ist auch nicht so direkt, ne? Das ist eigentlich... Halle, würde ich mal sagen. Bam. Oh, der macht aber gut Schaden, ne? Unverwundbar. So. Ja. Demio wollte ich mal im Kurzen zeigen. Also, ich freue mich echt... Ich freue mich auf jeden Fall, das im Multiplayer mit euch zu zocken. Also, ich bin da echt gespannt, dass es wird richtig, richtig gut werden. Weil es sind schnelle Runden. Woher, wenn du eine Quest gemacht hast, da hast du doch damals immer so Streams gemacht. Da haben wir Minimum zwei Stunden dran gegangen. Ja, wie gesagt, in zehn Minuten durch. Super Game. Gibt es für alle Gänge und Plattformen. Also, meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Tut natürlich kein Weh. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hot rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.